Hallo zusammen. In diesem kurzen Video möchte ich ein Fazit aus meiner bisherigen Zusammenarbeit mit Alexander Hick ziehen, sodass der ein oder andere nach mir eben von meinen Erfahrungen auch profitieren kann. Mein Name ist Philipp und ich betreibe schon seit fast zehn Jahren eine Kreativagentur für Branding, Corporate Design und auch von Webseiten. In diesem Kontext habe ich eben die unterschiedlichsten Kunden betreut, Industrie, Mittelstand, ein wenig Gastronomie, Verlagswesen. Und da ich für all diese unterschiedlichen Kunden gearbeitet habe, war mein Akquiseaufwand und auch mein Projektmanagement immer sehr, sehr hoch. Das hatte zur Folge, dass meine kreativen Arbeiten halt eben selten die Gewinne und Umsätze einbrachten, die sie qualitativ eigentlich verdient haben. Alex und sein Team haben mir hierbei geholfen, mein Angebot zu schärfen, eine klare Zielgruppe dafür zu finden und meinen Verkaufsprozess so zu strukturieren, sodass ich nur noch mit Kunden arbeite, für die meine Leistungen eben den maximalen Mehrwert darstellen. Dadurch habe ich ein viel größeres Verständnis von meiner Zielgruppe bekommen und spreche immer besser, immer mehr deren Sprache und erziele einfach viel leichter, viel effizienter und viel bessere Verkaufsabschlüsse. Alexanders Programm eignet sich also nicht nur für Online-Marketer und Webdesign-Agenturen, sondern wirklich auch für uns Kreativschaffende, um für unsere Arbeit eben den maximalen Nutzen zu erreichen und diese besser verkaufen zu können. Also wirklich ganz klare Weiterempfehlung für all jene, die mit dem Gedanken spielen, sich da externe Hilfe zu holen. Alex gibt viele praktische Werkzeuge an die Hand und steht immer mit Rat und Teil zur Seite. Vielen Dank, Alex. Ich bin gespannt, wie es weiter geht und freue mich auf die Zukunft. Ciao, euer Philipp.